das ist jetzt geschafft ja geht es dann mit der quest weiter er hat gesagt zu er hat andeutig nicht gemacht ah shit jetzt bin ich runtergefallen dass wir zu dem auspass wo wir vorher waren fahren sollten da gegangen es dann weiter extra mal hinfahren wenn es in der nacht ist oder also hinfahren schon mal ich glaube es war der andere blühter außenposten war das meine da geht es weiter als kleiner plot twist aber anfangen das halt nicht mehr nein anfangen nicht dann wären wir nicht mehr fertig aber so sorge also zu so kleiner plot twist level 22 gold sammler einige tausend geld macht schädel haben wir noch den hast du bei der hex abgeben oder ja nur mit 1726 kann man die kisten nicht auch irgendwie verschärbeln ja aber die berühmte ja aber ich möchte mir jetzt nicht unbedingt alle pulten Oh, was sind wir noch 80? Ach, da sind auch noch mal Schädel. Ohne. Unter der Kisten. Na ja, alles vollgestupft. Ja, antike Truhe bringt bestimmt auch noch was. Ah, nur noch mal 2.266. Also beschweren brauchen wir uns halt echt nicht. Das war ja schon fast eine Luxus-Folge. Kein Stress mit irgendwelchen Piraten, kein Stress mit toten Dingen. Das wird man genießen, das kommt nie wieder. So schnell immer, ne? Ja, dann würde ich sagen, na gut, die Ruhe des Kapitäns haben wir auch noch. Oh. Da bin ich jetzt gespannt. 2000. Ja, 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 ja. Ja. Level 22 Gold sammeln. Braucht man mehr extra Feuerwerkskisten? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich glaube, die waren sowieso wieder weg, wenn wir nächstes Mal stärken. Mit Sicherheit. Ja. Also, da muss ich wirklich sagen, also. Darf ich sagen. Ich weiß es nicht. Du bist. Ich weiß es. Ich weiß nicht. Du hast du schon. Du hast das eigentlich nicht. Du hast. Du hast mir das gemacht. Du hast du das Video. Ich weiß nicht. Du hast du das. Du hast du. Das war's. Wenn auf einmal vier Schiffe kämen und uns versenken. Ja, ich würde sagen, fahren wir nochmal hin, hä? Ja, zweimal. Ich muss schnell noch Feuerwerk loswerden. Ist bloß sinnlos im Inventar. Hast du das mit den Feuerwerk glaubt mir? Ja, das ist schön. Ein Stern. Ein Stern. Ein Stern. Ich muss dir noch alles auszuhauen Natürlich Wenn ich später eins wieder wicke Wahrscheinlich machen wir jetzt gerade auf den Server so dermaßen Radau Wahrscheinlich wäre es dir die Feuerwerkskörper auch noch per Echt gekauft Und da werden sie denken jetzt spinnt er völlig Oh, glaub ich nicht einmal zu bisschen hinterher geschmissen kriegst du Da machen wir eine segelvolle Pulle Ja gut, Wind ist scheiße Mal schauen, weil unter die Erfolge müssen wir eh sehen Genau Hey, das haben wir auch schon mal angefangen anscheinend Ja Ja Oder um 8 sogar Ja Jetzt sind wir da oder da haben wir nach dem Da haben wir das Brixis Jetzt sind wir noch einiges Brixis Schwert haben wir da gekriegt Okay Mhm Dann brauchen wir da eigentlich auch nicht hin Brixi Andererseits weiß ich gar nicht mehr was passiert ist Weiß ich auch nicht mehr Hm Wir müssen halt immer erst die Videos wieder anschauen Aber das sieht man nicht, wer der Quest gewesen ist, oder? Brixi Schauen wir mal, wo wir einen Brixi finden Ich glaube das war eine Frau Oder sie, ja Die Musik gehört sich nicht gut an Ah, das ist wahrscheinlich so ein Grafenbasis Aus dem Post wieder Hm Weiter weg ist gedacht Ja gut, dann haben wir ja einen scheiß Wind Ja, aber so schnell sind knapp bis 7 Stunden weg Ach der Wahnsinn Haha Man denkt, wo jetzt im Rauch hab ich So hell schon wieder Ja Ja Wie war unser Plan eigentlich ein bisschen Sea of Tees, dann Crusader Kings Und dann vielleicht noch It Takes Two Ein bisschen anfangen Ja Na ja Na aber heute war's echt angenehm Ohne Frust Bis jetzt auf das Rätsel, aber da waren wir selber schuld Na ja, da war aber so einer schuld Beide Aber was hätten ich damit zu tun? Ich hab die Kiste nicht einmal gesehen Na ja, da hilft dir das auch nix Na ja, da hilft dir das auch nix Na ja, da hilft dir das auch nix Wei Haha Huh Hälsen Da siegst, ich, 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 ich tu wenigst meine Fehler eingestehen Ja das ist eine gute Tugend Macht jeder Hmm Außer du Weil ich keine Fehler mache Das schön hast du verdient Scheiß Wind wieder Können wir da noch ein bisschen was abgreifen Ja Ja die Hälfte haben wir schon Läuft da sich schon wieder ein an Wo ist denn unser Krogfassel Fangen wir schon wieder an zu Es braucht aber ein Seil bis es richtig wirkt Auf einen Zug So heißt die Musik Ja hinter uns ist Kraken Oder Haifisch Ja tolle Nippe im Sufa Ja der kommt genau richtig sein Richtig jetzt da Den können wir gerade noch brauchen Bleib weg du Scheißviech Ja jetzt bin ich ins Wasser gefallen Verlauter im Sufa sein Ja vielleicht kannst du dann Gehüte spielen Ja da liegt noch Loot da noch Vielleicht kann ich noch Loot mitnehmen Wir müssen wieder Schädel verkaufen fahren Na scheiße kann ich nicht mitnehmen Entweder Ura Da warten einige so ein Zeigling Oh mei Jetzt haben wir eh schon da Da liegt wieder ein Schiff Ein Haufen Schädel sind da Gling Oh der war ja harmlos der Hai Der Riesenhai Ja der wird sich gedacht haben Die armen Buben Genau Nicht einmal Loot an Bord Wingen ins Bett Jetzt war der Ziegel wieder voll aufgespannt Und extra zu fleiß Nein ist aber zu früher Das ist schon wieder auf Geh doch nicht so weit Ja stimmt bis der schon Eder muss Ich bin der Käpt'n vor allem Ach so möchte ich das Schiff da rum Dann fahr rein Und auch wieder mit Oh oh Er kommt Der Gegner Das hat ihm nicht gefallen Nein der hat auch keine Zeit Was ist er denn da? Ich ziehe jetzt selber Ich habe ihn erwischt Was darf ich? Nein ich habe ihn noch hingemacht Ah der Sweater Den anderen sehe ich nicht Der winkt mir zumindest So ist es schön Ich suche jetzt dabei die Bix Ist vielleicht die Wirtin da? Nein das ist Tanja Gerhard Ich sehe jetzt nicht lasst da habe ich umgeschossen. Ja, jetzt sind sie grantig, he? Dezent. Ich wollte ihn gerade noch löschen, weil er brennt hat. Ich glaube, wir sind mal untergegangen. Das Schiff ist noch da, aber ja gut. Weil ich gerade den Tipp gekriegt habe, beherzige ich den Tipp des Fährmanns. Wann ist es besser, ein Schiff aufzugeben? Ich glaube, die haben uns jetzt nicht sonderlich positiv aufgenommen, dass wir ein Schiff da gerammt haben. Wann die Emotionen gleich wieder? Wir schürzen etwa jetzt unser Schiff zusammen. Okay, ja gut. Braucht man heute eh nicht mehr. Das ist noch nicht runtergegangen, das wundert mich. Weil ich lieb' ich ein blöder Gegenreparieren. Aber es bringt nichts. Ich glaube, ich lasse runtergehen. Die schießen wie die blöden. Ja, ich lasse runtergehen. Ich schwimme einfach weg. So. Oh, boah, Schätzchen, zuschauen. Der andere kommt da daher. Das war an der Jet. Also, ein T-Wars, genau. Und was war sitzen? Wenn du Y draufbleibst, dann kannst du Emotes auswählen. Bin ich an der Schiff gedaunt, da, oder? Tatsach. Ja. Ja. What? Da macht der Engel. Mein Gott, das war's. Und wie geht das dir? How are you, oder? Oh. Die Fahrer, ja, das hast du ja nicht das. Gut, das... Oh, 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 und Belarus ist das, oder? Okay. So ein Zufall, hm? Äh, zuh, vergiss mir mein Gesuchen. Ah. So schön, vergiss mir's, hoist. Ja. Oder hier. Wenigstens schießen sie uns nicht über den Haufen. Oh, ein Mango. Ich seh keinen mit dem Namen. Die heilen uns. Ich werde zwei Mangos geschenkt bekommen. Oh, schön. Ja, gibt es Schlimmeres, oder? Ja, das war in Ordnung. Das sage ich nichts. Nein, das war jetzt nicht unfair. Ich meine, ich bin eingefahren. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die hätten jetzt uns nichts tun, wenn wir nicht eingefahren werden. Sowas finde ich okay. Hätte man wahrscheinlich wie auch nicht anders reagiert. Hey, der schmeißt uns eine Lagerkiste nicht. Okay. Öffnen. Na ja, gut. Braucht man heute nicht mehr. Nein. Heute haben wir unser Soll getan. Ja, gut. Da schauen wir dann nächstes Mal, wie es weitergeht. Keine Ahnung. Ja, hat es da wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, wieder auf Piratenfahrt zum Gehen? Ja, freilich. Ja, freilich. Ich meine, da war ja nicht mehr da. Ja, warte. Ja. War heute heute ein bisschen eine chillige Runden. Weißt du, was noch da steht? Siehst du das? Was meinst du denn? Genau, wo ich hinschau. Ach so. Wo? Nein. Ja. Wir haben noch ein Schiff. Jawohl. Unsere Nussschale steht noch rum. Kann so weitergehen. Und da hinten liegt noch Schätze im Meer. Wo ist das bloß ein Flaschenpost? Nein. Vergoldeter Kelch. Hä? Wer rudert denn da jetzt? Hat der Russen rudert. Ach so. Der bringt uns zu den Schätze. Ich meine, das waren eh noch eine Schätze, aber gut. Das ist einmal nett. Ist egal, weil ich habe einen Kelch schon längst geklaut. Wer kriegt denn das überhaupt? Der ist nicht weit weg. Da ist er. Wo ich bin. Ja. 150.000 habe ich zu rund. Ja, ich sind 70.000. Habe aber jetzt auch vorher für knappe 45.000 Waffen gekauft. Oh Gott. Machen wir nächstes Mal, bevor wir starten, noch ein bisschen in Ruhe anschauen. Aber war eine angenehme Route. Ja, schon. Hat einmal wieder gut getan. Ja. Und die Zeit ist wieder wie ein Fluffel gegangen. Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt werde ich schon 8. Das ist viel zu schnell, ja. Ja. Also gut, ich war um 5.30 Uhr, 1 war ich daheim. Bis das angegangen ist, war es, sagen wir mal, 3.25 Uhr. Ja, bisschen über 7 Stunden. Ich darf es doch nicht so laut sagen, um Gottes Willen. Wie die Zeit jetzt immer so schnell vergeht hat. Ja, ja. Das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft in dieser Stunde. Na gut, also gefühlt haben wir jetzt 2 Stunden für die Quest zum Tor gehabt. Ja. Na gut, wir haben halt das erste Kapitel vom Ding auch noch gemacht. Da. Ja, fleißig war man. Das sucht der Karibik. Und beabsichtigt da was. Nein, ich bin zufrieden. Ja, schon. Na gut. Ja. Jetzt da schlanksam wird es Zeit. Mal mal zurück zum Desktop.